und hier sind wir wieder und ja wir starten mit einem neuen projekt wie man schon unschwer erkennen kann. Und zwar starten wir heute mit Assassin's Creed Valhalla. Ich weiß nicht, ist das von dem Ton so in Ordnung? Ich weiß es nicht, dass so in Ordnung ist oder ob ich das noch einstellen muss. Ich weiß nicht, also ich finde es extrem. Ich weiß nicht, ich kann das gerade nicht. Wir werden das, ich werde das sehen. Wenn nicht, werde ich das in der nächsten Folge noch ein bisschen einstellen. Aber wie gesagt, wir starten jetzt mit Assassin's Creed Valhalla. Da habe ich mich schon sehr darauf gefreut. Ich finde die Assassin's Creed Spiele an sich finde ich sehr, sehr geil. Obwohl ich habe ja einen Favoriten so für mich persönlich, was ich so am besten finde, von den Teilen bis jetzt. Ist ja bei jedem anders, aber für mich so von der Geschichte her und so. Aber das machen wir alles noch so im Laufe. Ich wollte jetzt gar nicht so viel rum erzählen. Wir starten einfach mal. Also hier sind wir im Anfangsbildschirm. Aber ich würde sagen, ohne groß rumzulödeln, weil ich bin echt sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Ja, wir starten einfach mal direkt los. Ich muss mir hier natürlich jetzt erstmal einen neuen Spielestand erstellen. Ich würde sagen, wir machen das auch einfach mal. So. Was haben wir denn da? Schwierigkeitsgrad Erkundung haben wir. Abenteuer, Entdecker, Standard und Fertensucher. Ja, was machen wir denn da? Gibt es da irgendwie Unterschiede oder was? Okay. Entdecker, Standard. Gucken wir uns das da mal. Okay. Also ich würde sagen, dadurch, dass ich noch so gar keine Ahnung habe, wie das so aufgebaut ist, würde ich sagen, es gibt immer mehr Symbole, die dich zu den Belohnungen führen. Gelegenheiten sind weiterhin sichtbar. Ich weiß nicht, wie wir... Nein, komm. Wir machen jetzt auf ganz entspannt und gehen einfach auf Entdecker. Und dann kriegen wir halt immer Meldungen, wenn was... Auf der Weltkarte kriegen wir dann immer halt Meldungen, wenn irgendwas los ist. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Dann starten wir hier direkt mit Entdecker. So. Ach, was haben wir denn jetzt? Was? Leicht, Standard, schwer, sehr schwer. So, wir gehen natürlich auf Standard-Wikinger. Das ist eine ausgeglichene Kampferfahrung für alle, die in das Wikinger-Leben eintauchen wollen. Du kannst diesen Schwierigkeitsgrad jederzeit anpassen. Ja gut, dann starten wir einfach mal als Wikinger, würde ich sagen. So. Und, äh... Ja gut, ne? Wenn man sich jetzt so ein bisschen auskennt mit Assassin's Creed, ne? Dann kann man sich das ja hier, ne? Also... Wir gehen es einfach mal langsam an. Wir gehen hier auf Assassine-Standard. So. Dann schauen wir mal. Still, ihr Kinder der Götter. Hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Okay, dann erzähl mal. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand. Und es gab kein Meer. Keine Erde und keinen Himmel. Kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im Weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet. Doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Okay. Da bist du ja. Okay, und jetzt? Aha. Okay, jetzt können wir uns hier ein bisschen umgucken. Mhm. Ja, sieht doch schon... Sieht doch schon aus. Sieht doch schon aus. Na, gucken wir mal. Ich glaube, wir müssen mal hier durch die Tür. Gehen wir mal. Oh. Partyhard, würde ich sagen. Ah ja. Was will dann dazu? Ah, er läuft von alleine? Ne, er läuft nicht von alleine. Na gut, wir gucken hier mal. Die machen wir... Ja, die machen hier Hardcore-Party. Ja, mitheben können wir nicht, ne? Wer ist ja zu klein hier, der Minion? Da ist nix mit mitheben hier. Was denn? Ja, was muss ich denn? Ah, ja. Bist du ja, kleine Dringer. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den reif? Ja. Und nun, zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasch ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin? Etwas so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dürbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Ava. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ein Schwert dürstet nach Blut. Ah ja. Der ist zu voll zu laufen. Wie schön sie viele Herzschirren, die unsere Heim zu haben. Wir gehen da direkt hin zu ihm und dann schauen wir mal, was... Wow. Digga. Du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss zwei große Landschiffe wert sein. Gib es her. Ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Nähd. Näh. Ah ja. Immer diese Bestechungsversuche hier. So. Wollen wir da laufen? Ne. Was? Anschalten. Was kann ich denn hier anschalten? Was? Jetzt habe ich es nicht... Okay. Das habe ich jetzt nicht verstanden. So viel dann dazu. So. Bin da. Was geht denn? Warum? Muss ich jetzt... Da hin oder was? Das ist aber noch ein bisschen verzögert hier. Oder guck mir das nur so vor. Ein bisschen buggy, ja. Und? Hast du den Reif? Gut. Den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Ah. Und tschüss. Alter. Ui. Ich würde sagen, das brennt noch die nächsten paar Tage. Jetzt geh. Hauptsache keiner macht was, Alter. Lachen einfach nur und lassen ihn da liegen. Ah ja. Was können wir denn? Können wir denn da krabbelt er da rum oder was? Hier komme ich doch gar nicht lang, Bruder. Ah, doch. Doch, doch, doch. Evo, warte. Skoll! Aufs Türbjörn! Den wahren König von Rügerfilki! Heute Nacht werden wir alle neu geboren. Skoll! Evo. Evo, komm! Herr! Mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein. In Freundschaft und Liebe. Danke, Evo. Danke, Evo. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenroß mein Lied herklingt. Weil Odin's mit uns Stärke bringt. Und Helmut und Ere bringt's. Ah ja. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria wacht. Nach Wallhall wird der Held gewacht. Das Hoffnung für die großen Freien. Das Hoffnung für die großen Freien. Nicht. Aber bald. Nein. Denkste, Bruder. Ich bin dabei. Und wie ich dabei bin. Wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Uktrasils gebrochen wurde. Runter! Oh shit. Los. Nein. Alter. Wie? Ja dann gib Gas. Oh ne, er nimmt sich lieber das Schwert. So er kann das kaum tragen, alter, aber will mit rein oder was? Oh! Ja, what Junge? Siegurt! Schütti, beende das Blutvergießen. Oh, das wär nicht. Fahr nach Walhall. Feuer! Feuer! Siegurt, nenn das Pferd! Na gut, warte hier. Ah! 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 Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan. Du hast mein Wort. Nein! Denkste. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Tötet sie alle! Nein! Jo! Oh! Oh! Oh, oh! Oh, da kommt doch schon ein Wolf. Wow! Woher kommt der denn nicht so schnell her? Woher kommt der denn nicht so schnell her? Okay. Rabe? Ja, was? Adler an mir. Oder Rabe? Rabe, glaube ich. Was? Ah! Was ist das, verdammt? Ich sehe zwei Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht wieso. Beheb das oder hol mich raus! Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das müssen umgehen. Du musst einen Strom aufsplitten. Es gibt doch eine dritte Option. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Der gute alte Animus. So. Jetzt können wir uns aussuchen. Lass den Animus entscheiden. Oder... Weiblich? Oder... Mannlich? Wir nehmen mannlich. Datenstrom auswählen. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Ah ja! Ah! Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest seines Trupps! Lass sie leiden. Evo Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Und ich steche dir die Augen aus. Kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Oh, guck mal wieder. Oh, was hat er denn jetzt vor? Also, was hab ich dir grad gesagt? Oh! 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 hall to hoch Çağar! Oh! Jazmone��! Alter! Oh-Oh! What? Was mou! HörTH khi heute! Die Lebe entreg Du wirst niemals! Niemals dieses... Kein Essen für dich, Sweeney. Meine Leute sind in Gefahren. Sei meine Augen. Okay. Jetzt können wir endlich mal was machen. So, bewegen. Machen wir so. Meine Mannschaft ist in Gefahren. Ich muss zu ihnen. So, die Frage, wie wir da hinkommen. Ei. 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 Aha. Was können wir denn hier machen? Was? Moltebären sammeln. Besser. Aha! Okay, guck mal. So können wir uns auch wieder voll machen. So können wir uns ein bisschen Energie hier drücken. Ja, siehste. Jetzt sind wir voll. Nicht besser. Stärker. Moment, was haben wir hier? Hier haben wir doch auch irgendwas. Achso. Komm. Aha! Gucken wir dann. Ah, ja. Ah, mit Sprinten können wir dann mit L. Okay, also wirklich Sprinten tut er ja auch nicht hier mit L3. Dann gucken wir mal. Gucken wir hier auf dem rechtigen. Ah, Moment. Bisschen was essen können wir noch. So, ich glaube wir werden noch ein bisschen vorbereiten hier. Das hebe ich für später auf. Ah, okay. Wir sind jetzt voll. Hm. Digga. Haben wir mal einer? Warten, wo wir hin müssen. Jo. Äh. 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 Aha. Gucken wir mal. Tump it. Tump it, tump. Tump, tump. Tump, tump. Wiii. So. Machen wir mal die Euglein auf. Ähm. Ah, guck mal. Da ist doch, da ist doch was. Ah. Ich hätte wahrscheinlich die Wand... Ah. Ja, oder so geht's natürlich auch. So. Gucken wir mal. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg zum Aussichtspunkt. Wo ist denn der? Der soll hier irgendwo sein. Ist der da oben, oder was? Ja, er zeigt mir jetzt erst an, wie man klettert. Ah, ja. Schon alleine rausgefunden, Bruderhahn. Ja. Ähm. Wie kommen wir hier irgendwie... Irgendwie... Irgendwo... Ah, ja. So. Ah. 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 Ja. Jawohl. Hier ist der Aussichtspunkt. So. Wie geht das mit... Genau, wie immer. Ähm. INO작 вижу... Eine. Liebe. Schuleaged pasó. Einemm. Einemm. Und jetzt müssen wir... Ach guckemal, da hinten haben wir ganz viel. Oh, da haben wir auch noch Okay, 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 okay Was ist das? Ah, das ist Reichtum Das Goldene sind Reichtum Das Blaue ist ein Rätsel Und das Weiße da mit dem Namen Das ist ein Artefakt Ah ja Dann gehen wir mal eine Runde Bar Ja, was? Arschbombe Was? Digga Wow Ah, kaltes Wasser Ja, sehr kaltes Wasser So, dann lauf mal Dann schauen wir mal Oh, da haben wir hier ein Lager Wow Aha Zehn erfassen Oh, mein Junge Wer bist du eigentlich? Sperrgebiet, ist mir doch scheißegal Ob das Sperrgebiet ist Gib mir all dein Zeug, Junge Gib mir all dein Zeug Gib mir all dein Zeug Proviant ist voll Mein Proviant ist voll So Batscha Wollen wir mal weiter hier Ja, ich sprinte doch schon Ah ja Guck mal Sieht doch besser aus als eben gerade Der Haus Er sieht mir nicht sicher aus Trotzdem mal rein Schnee ist hier aber auch extrem hoch Meine Fresse Ah, wir gehen mal gucken Klopf, klopf Ah ja Was? Zerbrechen Nichts da Lesen Okay Was sollen wir hier? Truhe plündern So, plündern mal die Truhe Was war drin? 15 Leder Und 12 Eisenerz Ah ja Ah, gut Weiter geht's, würde ich sagen Wir haben noch 400 Meter vor uns Kürtwies Krieger Ich sollte mich nicht sehen lassen Wett, wo? Sobald dieses Verlande Oder Kürtwies gefällt ist Reden wir wie die Jards Ach da Solange ein Armklandet Wird das nicht geschehen Die kämpfen wie Berserker Elbor Wolfsmaler Schlug allein eine 20 Schaft Oder mehr Ha Jetzt schmeckt Wir machen mal hier auf Ganz entspannter Bar Basis Was zum Was denn jetzt Warum ist er da so drauf gefokult? Okay Ja Du alter Hund Du lebst? Ja Hab mich vom Schwertkor Weggeschlichen Was ist mit dir? Kürtwi wollte mich verkaufen Ein Fehler, den er bereuen wird Jedoch nicht heute Ich sei in Öchwaldsneser Auf ein Schiff steigen Und den Osten segeln Ohne unsere Mannschaft Noch ist es möglich Unsere Männer zu retten Ich finde sie Du machst das Langschiff bereit Du Rampensau Du willst die Rettung Allein übernehmen Damit es im Siegeslied Nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen Zwei Dutzend Männer töten Unser Drachenboot nehmen Und siegreich die Segel setzen Wie du willst Nein, nein Ich nehme den Stand Das ist der gefährlichere Weg Such du das Langhaus Nach den unseren ab Oh, und hier Der Tote wird das wohl Nicht mehr brauchen Nicht wirklich Wir sehen uns dann beim Schiff Okay, wir haben ein Schilder Ah, mit Option können wir unsere Inventare öffnen Ja, sehr schön Was? Es gibt drei Ah, ja Was? Oh ja, was? Hauptsache die Kacke hat fünf Seiten Bruder Die Nebenhand ist für das Schild Das dachte ich mir schon Das rüsten wir auch gleich mal aus Das ist Zweihandwaffe Bogen haben wir auch am Stößchen Okay Äh Was kann ich denn hier machen? Achso Ah Nee, nee Warte mal Das Schild Dann nehmen wir uns in die zweite Hand Verbessern können wir das nicht Dafür fehlt uns noch was Na gut Dann haben wir da Köcher Haben wir hier schon Ein paar Mützis Nee Haben wir hier ein paar Helmys Auch nicht Ähm Ein paar Handys Haben wir auch nicht Na gut Gut, dann haben wir erstmal das Schild ausgerüstet So, was haben wir hier noch? Queste Questlog Im Questlog kannst du deinen Fortschritt bei Was? Aktiven Quests und den verschiedenen Gebieten verfolgen Ah ja, das ist doch schon mal was Gebiete im Laufe deines Abenteuers Werden Gebiete und ihre Questes angezeigt Quests verfolgen Wenn du eine Quest verfolgst Was? Achso Brain Er ist nicht vorhanden Werden Informationen dazu auf der Karte Auf dem Kompass und im Questlog angezeigt Ja, siehste Wir haben jetzt hier Diese Quest durch Ehre gebunden, glaube ich Die haben wir, ne? Finde und rette deine Besatzung Genau Das sind wir ja gerade dran So, was haben wir hier noch im Codex? Haben wir Tutorials und eine Datenbank Na, ich glaube, das gehen wir jetzt mal nicht Information zur Welt und ihren Bewohnern Alles, was du bislang gelernt hast Ja gut Ne, das mache ich dann mal auf entspannt So, dann haben wir hier Hab ich gerade gesehen Mit meinen entzündeten Augen Wir haben hier noch Fähigkeiten Bäumeli Okay, okay, okay Ja, dann müssen wir dann mal gucken Wobald wir hier was machen können Entscheiden wir uns mal Für einen Weg Oder können wir Wähle deinen Weg Also können wir zwischen diesen drei Dingern wählen Oder? Na gut, das gehen wir dann auf entspannt mal durch Ich würde sagen Wir ziehen Jetzt einfach mal Gut, er geht zum Böthle Und wir haben noch einen kleinen Weg vor uns Warte mal, hier ist ja Schätze, Metze L1 kann ich die Nebenwaffe benutzen Ah ja Gut Ah Ein bisschen Ein bisschen Aber da sieht doch mein entzündetes Auge ein Löchli Raben rufen Ah, guck mal Freundin Ah, okay Es ist weiblich Sieht alles sauber aus Sieht alles sauber aus Das sind zwei Wie kann ich denn markieren Sag mal Kann ich mir den Kann ich mir den Bruder nicht markieren Kann ich das gehen Okay, dann haben wir hier noch Okay Gut Es sieht doch alles ganz sauber aus Ich glaube, hier können wir einmal durch Da war irgendwo einer Sollte Er hat mich gesehen Ach, der Dude Und da kommt schon der Nächste So Das Der Lange Haus war hier Da wollen wir mal Ob wir da irgendwie reinkommen Was? Barren Bücher des Wissens Ausrüstung Oh Gott Dann holen wir uns doch mal hier Gucken, ob wir hier auf Unbemerkt reinkommen Die muss von der anderen Seite versperrt sein Okay Das hat sich dann zu dem Thema auch erledigt Ah, ich glaube, wir kommen hier durchs Fenster Oh, dann holen wir die Spule auf Kohlebarren Ah Dann holen wir hier mal wieder ab Ganz entspannt Wir müssen ins Lange Haus Das ist doch das hier, oder was? Im Dach sollte es eine Öffnung geben Ja, ich wollte gerade sagen Wir haben meine entzündeten Augen Sehen doch da oben den Durchgang Wo wollen wir mal, oder? Können wir da unbemerkt rein? Sollten wir eigentlich, ne? Ja Ah, ich wollte gerade sagen Er läuft hier einfach hoch Als wäre dieses Dach nichts Ja Dann haben wir hier den Eingang ins Hützchen Mal gucken wir mal Wenn du dich weiter so windest Wird meine Axt deinen Hals verfehlen Das wollen wir beide nicht Wenn ich schon sterbe Dann soll es schmutzig werden Du Aß Hm Ah, Moment Ah, okay Was hat er denn vor? Ah, okay Feigling Binde dich los Und gib mir eine Axt in die Hand Ich schulde dir gar nichts Rabendreck Oder deinem Clan Von Trell und Bauern Du Leg die Axt beiseite Oder stirb durch meine Du solltest auf einem Sklavenschiff Nach Irland sein Wolfsmal Denkste Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest Wird Odin dich sicher freudig empfangen Du hast gerade dein Leben verwirkt Jetzt bezahlst du Ich schicke dich direkt zur Hehe Nie nieder Wolfsmal Dann ver- Maul und kämpfe Ja Stirb du niedere Abschaum Ja Ausdauer Bekanntes Problem Wenn so schnell du kannst Häschen Ah Ah Der Der war böse Mann Junge Wer bist du eigentlich Keine Ausdauer mehr Fuck Wie war das nochmal Ach man Ich hab vergessen Ausweichen Muss nochmal gucken Digga What the fuck Hä Was war das denn Was war das Was war das Digga Was war das denn Was war das denn Hchl ever Was war das denn Was war das denn I Welcome Ich hab das denn Was war das denn Was war das denn Ich mach das denn I war das denn Was war das denn, Alter? Na komm, na komm doch! Super! Warm, Junge! In deine Fickfresse! So, Ritch, Junge! Warm, Junge, wer bist du? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Warm, Junge! Was? Ja, was? Haha, guck mal, ich hab meine Bärchen noch! Siehste, hab ich extra gesammelt hier meine Bärchen! Guck mal, wie er schon wieder in diese Ecke gelockt ist! Diesmal nicht, mein Freund! Diesmal nicht, aber was machst du denn da hinten? Au! So, jetzt aber! In dein Gesicht, Junge! Hahahaha! Alter! Digga! So! Und nicht anders hier! Und nicht anders hier! Nein! Nimm deine Axt! Nein, Varin! Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Oh mein Gott! Was ist denn jetzt so? Na, gehen wir mal mit! Abel! 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 Abel, bist du nicht mal... Witz! Abel! Nimm dir! Abel! dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört hier. Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Ja, jetzt gehen wir nochmal in den Inventar. Wir haben ja ein paar neue Sachen bekommen. So, wir haben hier neue Kleidung. Ja, das sieht doch fresh aus. Das sieht doch fresh aus. So, dann kriegen wir mal die Hände dazu. So, und ein paar Stühchen dazu. Ja, seht da. Sieht doch fresh aus. So, ach, guck mal. Hier haben wir noch was. Ah, dafür ist jetzt das. Ah, okay. Okay, ah, okay. Ja. Bam. Fresh. So, was haben wir hier noch? Ah, wir haben eine neue Axt. Moment, ist die stärker als unsere Axt? So, unsere Axt ist hier so auf 1, aber die hat gar nichts. 54. 46. Geschwindigkeit, äh, Angriff hat die 46. Die hat 54. Die ist bisschen, von der Stärke her ist die bisschen besser. Und von der Geschwindigkeit. Wir probieren die aus und dann wird schon. Wir nehmen die. Achso, deswegen ist da die 1. Hahaha. Ah, Mann, bin ich doof. Bin ich doof. Okay, gut. Dann haben wir das. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange wir schon dabei sind. Ähm. Ich würde einfach mal sagen, wir machen hier an der Stelle, machen wir Ende. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, holen wir uns in der nächsten Folge, holen wir uns immer das Schiff wieder zurück. Na, aber das soll es das erstmal für die Folge gewesen sein, weil ich, ich weiß nicht, wie lange ich dabei bin. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ja, ähm, ja, doch, genau. Dann soll es das jetzt erstmal für die Folge gewesen sein und, äh, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, wieder schauen und reingehauen.